Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends So, wir spielen diesmal nicht einen Supporter Und keinen Toplaner Und keinen ADC Wir spielen diesmal Amumu Und ich hoffe, wir werden nicht verkacken So, wir haben die Sintop Z Mitte, Morgana Supporter Miss Fortune ADC Und mich als Amumu Als Jungler Rek'Sai ist Jungler Yasuo ist Mitte Nasus ist Top Vayne ist ADC Und Sona ist Supporter Genau Bleib locker Bleib locker Hab ich doch gesagt Ich hab doch nix gesagt So Ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Kombo mach Und nicht andersrum Hey, vorher Oh Gott Vorher hab ich immer Blue gemacht Und dann erst alle anderen Creeps Na komm Alles klar Alles klar So Ich werd jetzt erstmal hier ein bisschen machen Mich hier vielleicht ein bisschen hochhealen Oder auch nicht Oder auch nicht So Da hab ich schon mal einen kleinen Creep Der da aufpasst auf mich Dass der keinen Account hat Jungelt Sodass ich erstmal Entspannt hier Jungeln kann Da ist mein Telefon Ich hoffe ihr hört das nicht Das wäre schon vorteilhaft So Jetzt müsste ich eigentlich Warte, wie 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 kostet das 450 Klappt Ah, den schaff ich jetzt nicht Den schaff ich jetzt nicht alleine Aber ich geh trotzdem mal Deffen Ansonsten macht er hier den Tower Das ist nicht so geil Und das wäre nicht so geil Sehr gut Die sind Sehr, sehr gut So Und weiter geht's Da komm So Also macht nochmal Zerschmetter Verursacht die Hälfte des Schadens Aber als Flächenschaden da Okay Lebensreck No Komm schon Stirb, stirb, stirb Ah ne Der wird nicht sterben Schade, schade So Sehr gut Blue haben wir geschafft Jetzt kommen die Wölfe wieder dran Hier wieder diesen Ward daneben Der ist wichtig Dann kommen jetzt hier wieder die Vögel dran So Wow Okay Der Der fickt den richtig hart So Jetzt kommt der hier oben dran Der ist ja nett Na Ja Jetzt schmeiß ich mir so ein Health Potion rein Und Werde hier mal eben Red machen So Zack So Und so Gut Werde jetzt hier hinkommen So Ich bin noch nicht da Ich bin noch nicht da Ich bin noch nicht da Jetzt bin ich da Ah ne Das war ein Satz mit X So Jetzt komm ich wieder Ich komme doch wieder Jetzt kommt wieder der Schild War klar Da war der Tower ein bisschen im Weg Jetzt nehme ich wieder die Schönen hier Vögel Heißen die Dinger Siehst du es klappt doch irgendwie alles immer Auch ohne mich Auch ohne mich Verpiss sich Bitte 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 Danke Jetzt gehe ich erstmal hier hinten hin und hole mir die Weil ich hier sterbe ich ja nicht So So jetzt gehe ich back Und hole mir erst mal andere Sachen So wie Das hier Und das hier brauche ich noch 25 Sekunden für Das klappt Das da oben klappt sehr gut Hier unten bräuchten die vielleicht ein bisschen Hilfe Da werde ich jetzt mal hingehen Ich glaube Vane ist auch der Konter von Miss Fortune Entweder so oder genau andersrum Das weiß ich jetzt nicht so ganz Nein 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 nein. Fuck, 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 fuck. Doof, 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 doof. Verpiss dich. Danke. Nein! Ich hab da nebengehört. Hooked. Fuck, alter. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ganz locker bleiben. Das hat doch keiner gesehen. So. So, 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 so. Red ist noch weg. Die sind jetzt wiedergekommen. Sehr, sehr gut. Gut. So, war da schon mal tot. Die haben sich gegenseitig gekillt. Alles noch in Ordnung. Siehste, so macht euch Spielspaß. Ausgeglichen, schön. Oder wir dominieren halt. Ah, nicht gegen uns. Gegen uns ist immer scheiße. So. Ich nehm Blue, weil der Zed das ja nicht braucht. Spiel doch mit mir. Spiel doch mit mir. Ja, gut. So. 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 Jetzt hier noch diesen Gromp. Schön, locker, sicher. Jetzt mal eben hier diesen Ward da unten. Möchte ich haben. So, das ist mein Ward. Jetzt möchte ich erst mal hier runter. Okay, die haben gewordet. Alles klar. Der hier ist weg. Da ist er wieder. Er weiß nicht, dass ich stärker bin als er. Das ist doch schon mal was. So. So. Jetzt geht's mir schon mal besser. Jetzt ein bisschen weiter farmen. Und dann gucken wir gleich noch mal, wie es den anderen so geht. Da flamen sie sich schon. Das ist doch gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Hat er gewordet? Nein, bislang noch nicht. Boah, der hat ja gerade eben meine Attacke da abgewehrt. 2, 1, zack. Jetzt muss ich hier aufpassen. Kannst du mich mal, Alter. Das ist mir jetzt zu risky. Was ist ein Spaßlacken, Alter? Da. Du musst da hin. Danke. Danke. Ja, hat's getroffen. Aaaah. Mann. Boah. War so ein Spaß, die Alter. So. Wir wollten ja grün haben. Die Mobility-Schuhe. Des Weiteren wollten wir noch Warmox haben. Warmox war... Wie bildet man nochmal Warmox? So. So und so. Genau. Sehr gut. Ja, Suhr ist ein bisschen gefedet. Das geht aber alles noch für klar. Das geht aber alles noch für klar. So. 23 Sekunden. Dann kann ich irgendwie einen Grump machen. Dann nehme ich mir das wieder. 13 Sekunden. Dann mache ich eben den Wart hier unten noch. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch machen in Drake. Bei mir dauert eigentlich das immer viel zu lange. Ja. Gut. Und der Lee Sin hat das da oben eigentlich gut gemacht. Auch wenn er gerade ein bisschen flamed, aber der hat das da oben gut gemacht. Jetzt nicht mehr. Mal eben hier das Wart-Ding noch holen. Gut. So. So. Nee, ich nehme mir doch lieber mal die... Ich nehme mir mal den Grump da. Der Name ist auch ein bisschen behindert, ne? Grump. Nicht Riesenkröte oder so. Grump. Okay. Die Wölfe sind nicht da. Da hat er sich gerade hin tippet. Der und sein Scheißschild, ne? Ah, fuck. Shit. Da habe ich zu früh noch gedrückt. Ich nehme mir jetzt einfach mal. Ah, okay. Wieso musst du mich anschreien? Wieso? Ich kapiere es nicht. Ich habe doch alles kapiert. Und übrigens, wieso soll ich dich ganken, wenn da alles oben klappt? Ich muss da helfen. Meine Ultima gehe ich. Ist vollkommen okay. So. Jetzt gehe ich hier auch schon wieder weg. Spiel doch mit mir. Zack. So. Die wird sterben. Sehr gut. Zum Glück sind sie nicht auf Morgana gegangen. Ansonsten wäre die nämlich jetzt auch tot. Die hat schon was. Ja. So. Hier mal eben warten. Grey kommt in einer Minute wieder. Es war so klar. Es war so klar. Es war doch so klar. Stell dich dem Wind. Stell dich dem Wind. Sehr, sehr gut. Jetzt fehle ich da natürlich. Aber die schaffen es auch ohne mich. Sehr gut. Sehr gut. So. So. So, 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 so. Erste Tower, kriegen wir noch einen zweiten Tower hin? Ich glaube schon, ne? Klar kriegen wir den hin. Nein, blockier mich doch nicht. Oh, 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 oh. Sehr gut. Bin ich nochmal hart gestorben. Und die sterben jetzt alle. Gut. Sehr gut. So, jetzt möchte ich noch einmal ein Viral haben. Da, da, okay. So. Ich gehe vollkommen auf Tank. Das ist mein Ziel. Ich schaffte allein Drake. Dann würde ich nämlich top-deffen. Ein bisschen hüftiger könnte er gebrauchen. Ich def derweil top. Sehr gut. Und Turm-Zerstörung kann man immer schön gebrauchen. So. Jetzt einmal noch Red. So. 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 Da, ich hab dir eine Wart hinterher geschmissen. Du Bastard. Bastard. So. So. Gut, 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 ich helfe dir Boah, Alter, ich glaube, ich wäre ein bisschen angepasst gewesen, wenn die mir den jetzt noch gesteilt hätte Ja, das war klar, aber egal, ist mir egal, ist mir egal Ich nehme einfach mal sein Red So, ist mir egal Oh, 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 oh Da habe ich leider die Golems ein bisschen gefokust Jetzt sterbe ich, glaube ich, auch noch Naja, kann man nichts machen, ist so passiert Fertig Lee Sin hat versucht, Dings da zu pushen und ich werde jetzt mal top wieder helfen Lee Sin wird jetzt sterben Zack, gut, 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 gut Sehr, sehr, sehr gut So Das ich bräuchte, wäre vielleicht AD Das ist als nur AD, ne Ja, als nur AD Krass Krasse Scheiße, Alter Oh, shit Oh, shit, Alter Oh, shit, Alter Okay Ich gebe es auf Ich gebe es auf Ich kann noch nichts dafür Ich kann noch nichts dafür Ich kann noch nichts dafür Ja, genau, genau Oh, shit Shit Loll Ich habe den jetzt Wie habe ich den Ah, der hat versucht, die Golems zu machen Geil Geile Scheiße, Alter So, ich möchte jetzt gerne Frozen haben Frozen Heart Gut 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 Ich push mal eben Bot Ein bisschen Wenn er jetzt da hingeht, ist er tot Dann dürfte er eigentlich tot sein So Wir machen mal ein bisschen hier weiter Da Okay 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 Was ist das hier eigentlich? Verursacht magischen Schaden. Was ist das, Alter? Der sich mit der Zeit verstärkt. Okay. Drake kommt in 10 Sekunden. No. Oh, wieso bin ich zurückgerannt? Und... Das war dumm. Und wenn die jetzt nichts macht, ist Morgana auch tot. Wir sind zu schlecht, um zu gewinnen. Wir werden das Spiel nach Throen. Haben wir einen Drake gekriegt? Ich glaube schon, ne? Ja, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Wo ist eigentlich Zett? Da ist Zett, okay. Da ist Zett, okay. Die Sin weint gerade ein bisschen rum. Aber das ist ja okay. Sobald die Spieler gibt es einfach. Leute, der, der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Ich dachte, der wäre eigentlich tot gewesen. Ich hätte hier jetzt nicht gedacht. Wir müssen Deffen, Jungs. Ja, ne? Wer braucht schon Deffen? Ne? Ist doch unnötig. Ist unnötig. Glaub mir. Ist unnötig. Er will mich. Er will mich. Er wollte mich. So. Inhibitor steht noch. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Was machen die da, Alter? Ja, genau. Ist okay. Jetzt sterbe ich auch noch. Und dann haben die gewonnen. So. Du kleiner Pisser, Junge. Sonne lenkt sich irgendwie. Die hat hier Eier hier drin. Aber hat sie nicht. Hat sie nicht. Meine Güte, Alter. Ihr kriegt mich nicht down. Egal, was ihr macht. Du kriegst mich nicht down. Das hast du ja jetzt nicht kapiert, ne? So. Dann darf ich noch ein bisschen top. Das macht auch Spaß, oder? Ach, das ist nicht total Spaß. Wenn man wieder in Rückstand gefallen ist. Ich hoffe, der Inhibitor respawnt jetzt mal. ein bisschen schneller. Und die anderen tun nicht so, als wären sie die übelsten schlechten Leute. Aber wenigstens hat Zett noch Suizid gemacht. Nichts anderes. Ich sehe dich, Rek'Sai. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Schlecht, Alter. Schlecht. Was sage ich denn nur? Okay. Lee Sin weint ein bisschen rum, aber ist ja alles okay. Schlechter als die zwei Spiele gerade ging es eh nicht. Ich muss ein bisschen schneller sein. Und mobiler. Mobiler. So. Ist doch... Boah, jetzt hätte ich bei mir genau das gleiche wieder gekauft, ne? Ich brauche mehr Rüstung. Das hier bräuchte ich, glaube ich. Oder das da. 100. Ich nehme 100. Schön 100 Rüstung. Das ist doch schön. 285 Rüstung. Und dann macht es schon mal sehr viel weniger Schaden. Da habe ich nur Magie-Räse. Und das ist auch noch okay. Das ist okay. Es ist okay. Geh doch fünf hinter Wetter zurück, dann hast du zwei Türme da. Alter. Sie tut so, als wäre es ein Unding. Ein Undingen. Den einzigen, den ich vielleicht ein bisschen kritisiere, ist Zed. Alle anderen sind eigentlich relativ okay. Okay. Ja, endlich. Nein, jetzt muss ich ganz schnell zurück. Ansonsten gewinnen die. Nein. 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 Ja, ich habe wenigstens ein bisschen was gedepft. Du kannst mich nicht totkriegen, du Spasti. Bist du ja jetzt nicht kapiert, ne? Ist ja unglaublich. Jetzt gewinnen wir noch. 100%ig. Ich glaube, Baron wäre jetzt noch die einzige Chance, dass wir gewinnen. Jetzt klappt schon nicht mehr. Weil ihr ja alle viel zu langsam wart. Ach, nee. Nee, nee, nee. 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 ist Zhuang. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen zurück. Damit ich halt ein bisschen tränke, 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 tränke. Wo war Tränke? Da. Ähm, das war verlangsame Angriffsschaden. Ich möchte gerne Das war. So, jetzt kommt der Kampf der Giganten. Lasst euch doch nicht locken. Lasst euch nicht locken. Oh, Zett, Alter. Zett, 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 Zett. Ja, jetzt haben die Baron super gemacht. Ihr seid ja, ihr seid die Klasse. Hier seid ihr ja, boah. So, meine Fresse, Alter. Nö, 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 nö. Greedy! Jetzt hab ich einfach meine W ausgemacht. Ich weiß nicht, wieso. Jau! Ach, nee. So, wenigstens haben wir auch einen Inhibitor zerstört. Das haben wir aber unten fertig gemacht. Hier kommen unsere Supervasalen gegen deren Supervasalen. Wer wird gewinnen? Boah, Kampf der Supervasalen! Kampf der Supervasalen! Ja, ich muss ein bisschen weiter nach oben. Ja, unser hat gewonnen! Jawohl, easy! ג !! Baam, junger! Baam! No, tot! Wer ist nur? wird was? not my fault! GG! G, danke fürs Zusehen, schreibt mir Tipps, Kommentare, Komtierstil, alles in die Kommentare. Kommende Spiele, Spielideen, was weiß ich was, alles in die Kommentare. So, mehr hab ich nicht zu sagen, außer Tschüss.